Ja, hallo ihr Lieben, da ist es soweit, das Verlosungsvideo startet heute sozusagen. Ja, also es geht um mein 2000 Abonnenten Special und jetzt ist die Verlosung. Ich habe das jetzt bis gestern Abend laufen lassen und jetzt möchte ich euch gerne auslosen. Genau, und ich habe schon mal hier ein bisschen vorbereitet. Ich hoffe, die Einstellung ist so einigermaßen in Ordnung, weil ich kann es leider gerade nicht anders hinstellen. Und ich habe hier nicht so viel Platz auf diesem Schreibtisch. Aber ich denke mal, ihr könnt, glaube ich, alles sehen. Und ich habe auch schon ein bisschen vorbereitet. Also der Link ist soweit schon eingebettet in dem Verlosungstool gleich. Ja, und ich drücke euch allen die Daumen. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle ganz herzlich für eure Teilnahme und ganz besonders natürlich für eure lieben, superlieben Kommentare. Also die waren wirklich unglaublich, was ihr da geschrieben habt. Ich habe mich wirklich über jeden Einzelnen gefreut und ich habe mir wirklich auch jeden Einzelnen mehrfach durchgelesen. Und ja, ich kann es gar nicht glauben. Also wirklich ganz rührend immer. Und ja, dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz lieb bei euch bedanken. Und jetzt fällt es mir auch nicht so schwer, das die Sachen zu verlosen, weil ihr seid ja alle so lieb. Und ich denke, dass das auch in gute Hände kommt, vor allem der erste Preis und so weiter. Aber auch die anderen beiden sind natürlich auch von Herzen gestaltet und so weiter. Ja, da freue ich mich, dass das jetzt so dann an jemanden übergeben wird, der ganz lieb ist auch. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich starte jetzt mit dem dritten Platz. Genau. Wenn ihr dann der Gewinner oder ihr drei Gewinner, dann ihr könnt euch dann über Facebook oder Instagram bitte mit mir in Verbindung setzen. Ihr könnt mir eine PN schreiben. Und dann werden wir dann alles andere dann klären. Und ich schicke euch das dann zu. Und ja, setzt euch einfach dann mit mir in Verbindung. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Ich würde sagen, der dritte Platz wird jetzt ausgelost. Ich gehe mal eben hier auf den, genau. Ich habe das jetzt hier schon eingebettet. Da ist der Link. Ich habe hier Filter, also doppelte Kommentare werden praktisch ausgefiltert. Weil ich glaube, ein oder zwei Personen haben zwei Kommentare abgegeben. Und es steht ja auch in den Regeln, dass bitte nur ein Kommentar abgegeben wird. Weil das wäre ja sonst unfair den anderen gegenüber. Von daher kann man das hier ausfiltern. Den Rest kann ich jetzt nicht machen, weil ich das Premium nicht habe. Ich habe hier den kostenlosen, aber die kann ich schon ausfiltern, die doppelten Kommentare. Genau. Und Antworten auch, aber ich habe nicht geantwortet. Von daher fällt das eigentlich weg. So, ich ziehe jetzt erstmal den einen, also einen Gewinner, weil es jetzt der dritte Platz ist. Das muss ich dann gleich natürlich nochmal neu machen. Ja, ansonsten habe ich glaube ich alles soweit eingegeben. Ja, jetzt muss ich mal eben hier diese ganz super schwere Rechenaufgabe hier lösen. Dann muss ich das mal eben eingeben, einen Moment. Da sind 15. So, da poltert irgendjemand. So, jetzt gehe ich hier auf die Kommentare. Achso, das habe ich schon ausgelost. Nee, Moment, ich gehe nochmal hier drauf. Genau, 119 Kommentare sind es jetzt, die jetzt gezogen werden. Und dann geht es auch los. Der dritte Platz. Ich wünsche euch viel Glück. Drück, drück die Däumchen und los geht's. Ah ja, das ist also der dritte Platz. Herzlichen Glück. Ich bin auch immer ganz aufgeregt. So, wie heißt das? Lias Little Soul. 7840. Du hast den dritten Platz gewonnen, meine Liebe. Herzlichen Glückwunsch. Der Kommentar steht auch da drunter. Herzlichen Glückwunsch zu 2000 Abonnenten. Deine Videos sind so toll. Deine Art ist zurück und ausgeglichen. Ich kenne dich noch nicht lange. Dann geht es noch etwas weiter. Ja, liebe Lias. Genau, du hast den dritten Platz gewonnen. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Und ich schreibe mir mal den Accountnamen auf. Einen Moment. 7840. Genau, dritter Platz. Ja, das war der erste Streich. Dann geht es nochmal von vorne los. Ich werde das mal hier entfernen. Obwohl, das ist jetzt eigentlich auch Quatsch. Hätte ich jetzt gar nicht hier rausnehmen müssen, weil ich kann ja nochmal von vorne hier anfangen. Ja, Blödsinn. So, ja gut. Dann mache ich jetzt einfach nochmal. Gruppiere ich den nochmal eben. So, geht ja auch schnell. Einsetzen. Zack. Genau, doppelte Gewinner raus. Nicht Quatsch, doppelte Kommentare raus. Dann einfach wieder neu rechnen, glaube ich. Sind zwölf. So. Ja, brauche ich auch gar nicht drücken. Ich mache jetzt einfach nochmal. Doch, muss ich nochmal drücken. Mein Gott, ich habe es schon zweimal gemacht. Und nochmal neu. So. Genau. So, dann geht es jetzt um den zweiten Platz. Genau, ich drücke wieder die Daumen. Platz Nummer zwei wird gezogen. Und los geht's. Jawohl. Der zweite Platz geht an Junk Journal Freak. Mein Glückwunsch zu der schillernden 2000. Und bitte, bitte weiter so. Deine Videos empfehlen mich sehr. Mein herzen kommenden Dank. Ja, meine Liebe. Ich glaube, du bist auch eine Dame. Und ja, ich freue mich für dich. Junk Journal Freak hat den zweiten Platz gewonnen. Das ist bis jetzt das zweite, also ja klar, das zweite Journal. Und der erste Platz kann aber noch wählen. Also, das werde ich aber jetzt gleich nochmal eben sagen. Ich schreibe mir mal eben den Namen auf. So, zweiter Platz. Genau. Ja, dann machen wir mal den ersten Platz. Genau, da kann ich jetzt wieder einfach die Zahl einschreiben. Eins plus neun, muss ich mal kurz rechnen, sind, ja, kleiner Scherz, zehn. So, jetzt geht's um den ersten Platz. Ja, ist der Start-Button. Genau, ich bin ganz aufgeregt. Das ist echt blöd. Naja, okay, der erste Platz. So, der erste Platz-Gewinner kann natürlich noch wählen, wenn du lieber den zweiten Platz hättest, kannst du gerne den zweiten Platz haben. Was aber eigentlich ja selten, also es wird jetzt in den zwei Malen auch noch nie vorgekommen. Aber wie gesagt, das ist halt noch so eine Option. Der zweite Platz bekommt dann dementsprechend, kann er dann auch wählen, ob er dann lieber den dritten hätte oder den ersten Platz. Oder wie auch immer, was entschieden wird. Also das ist nochmal so eine kleine Option. Und dann wird das dann vielleicht entschieden. Aber in der Regel, meistens ist es ja so, dass es so bleibt. Genau. Ja, dann wollen wir auch mal den ersten Platz ziehen. So, das schöne Journal, was der erste Platz dann eigentlich ist. Also das geht an und los geht's. Start. Ach, ist das aufregend. Biggie3363. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Biggie. Der Name sagt mir jetzt, glaube ich, so direkt nichts. Hätte ich schon. Womit ist meine Batterie hier? Aber ich glaube, der dreht weiter, ne? Ja, ich glaube schon. So, Biggie3363, du hast den ersten Platz gewonnen. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Und ich hoffe, ihr setzt euch alle mit mir in Verbindung. Und dann reden wir mal weiter. Dann sehen wir, was dabei rauskommt, ihr Lieben. Ja, das war's für dieses Video. Ich danke euch ganz lieb fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr freut euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Tschüss.